Aber jetzt siehst du mich an. Jo. So, knall ich rein. Hier machen wir so, äh... ...altes Essen hin. Bitte. Altes Essen. So. So. Eine Vision brauchen wir noch. Ich denk mal die da oben auch so. Ja. Ja, sieht ganz nah aus. Und nach. Das ist da ist. Das kann ich nicht angreifen. 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 Mhm. Töten. Töten. Der Lugzeit verschwildet. Wir müssen die Bestie töten und mein Volk befreien. Der Hammer und Todesschwinge waren beide Warenzeugen der Titaren. Armeen? Findet der Geist von hier, ne? Dieser Krieg wird von Champions entschieden. Nicht von Armeen. Der muss oben sein natürlich, ne? Irgendwie müssen wir ihn nach oben kommen, da zu. Ah, das ist ja auch ne Kohlepfanne hier. Dann mach's. Ja und Todesschwinge. Ist das schön warm. Ach man muss ihm helfen. Ach so. Ich bin außer Reichweite. Aha. Ich hab's nicht gesehen. Ich musste es auch selber aktivieren. Ich bin außer Reichweite. Mhm. Es geht dir nicht. Ich staub hier Versteht Ja Was wünscht denn der? Ich weiß nicht, wie die Frosche schleifen. Nee, ich glaube, ich nehme die Schleife. Ich nehme die Schleife. Nee, warte, warte, wohlofen wir hin? Äh, wohlofen wir hin? Warte, ich muss die Schleife hinziehen. Das ist es, was euer Vater euch zeigen wollte. Unser Volk braucht einen Anführer wie Huln. Einen Krieger, dessen Stärke und Mut jedes Hindernis überwinden. Ihr besitzt diese Eigenschaften. Es bleibt eine letzte Vision, die ihr sehen müsst. Ein Geheimnis, das seit Hulns Sieg über Todesschwinge von Oberhäuptling zu Oberhäuptling weiterentwickelt wird. Diese Eier sind verderbt. Wir sollten sie auf der Stelle zerstören. Auf der Stelle zerstören? Oder was? Neue. Jetzt hatte ich das auch mal hier wieder, weißt? Kämpfen? Ja, jetzt hatte ich den selben Scheiß hier mit dem Anschluss vom Headset. Ach so, hattest du auch? Das ist echt nervig. Super nervig, ey. Oh, das ist jetzt hier noch ein krasser Engel von deinem. Denn eines der Eier beginnt zu schlüpfen. Das kann ich nicht angreifen. So. Gut, viel. Und durch die Güte Hulns gewann seine Familie ihren ältesten Verbündeten. Mich. fliegt aus dem Hort. Nein. Warte. 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 Du bist nicht gewöhnt. Hm? Ja. Was ist das? Kann ich ihn weg, müssen wir denn nehmen? Karte? Dann können wir halt wieder raus hier Okay Ja ich glaub wir müssen an all denen vorbei, wenn ich mir schon mal gestorben Ich glaub das sind ein bisschen viele Oh wieder Siehst du? Wie ich das gemacht hab? Du machst das immer prima Ja wie schön Daaa Daaa Das dass man die voll loben wird, können Okay Oh 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 das Erz Okay Ja Muss das sein? Ja eben Muss das sein Ja 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 Was denn? Sie hätten mich ja ständig unterbrochen hier Ist das jetzt auch schon wieder schlimm oder was? Ja 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 Ich glaube Da müssen wir runter, ne? Wenn wir mal nicht wieder hier im Kreis fliegen irgendwo Geht's hier auf Scheiße Wieso fliege ich eigentlich mit? Genauso Scheiße Wieso fliege ich eigentlich mit? Können wir nicht reiten? Können wir nicht reiten? Können wir nicht? Doch können wir Doch können wir Nur wofür? Da hin? Weiß ich doch nicht Ich Wie nicht so Ne? Da sind wir hier schon mal nicht Ach wir sind hier runter gesprungen nicht gut? Das ja das war's deswegen kommt uns doch alles nicht so bekannt vor Da ist ne Quest Da ist ne Quest Ne Taktisch Aber hier muss doch irgendwie der Ausgang sein Ich weiß schon mal wie, ich bin ja schon mal raus mit dem anderen äh Charakter Ich fang mir nicht mehr wie das war Ah jui Hier ist irgendwie Ne der Weg ist schon richtig, wir müssen umdrehen Echt? Aber hier ist doch irgendwas Der Weg Ne Oder nicht? Oh da ist ne Kiste Ey du bist in der falschen Richtung Wie wirklich? Hier sind Mobs Och ne echt Das kann ich nicht angreifen Ich bin auf der Reichweite Deswegen gibts ja die Karte damit man da rauf guckt Aber wie auch immer Ach du schlaue Oh jaja Hm Hm Das kann ich festbekommen Mhm Ich hab's Aber ich Aber ich Ich bin ja aus Schnau Echt? Wir reden später Siehst du, wenn man die Karte benutzt wie das geht? Echt? Wir reden später so zu viel geflohen aber wie die hintertür so obsidians spätposten ja habe ich jetzt die ganze zeit bist du dran jetzt auch mal was leisten hier richtig ich bin mir nicht sicher ob wir hier richtig sind könnte sein aber könnte ich brauche eine Waffe unbedingt ich muss mal runter gucken ich glaube letztens bin ich irgendwo runter gesegelt oder so nee kann ich gar nicht sein Segeln oder was schaffe ich das ist das richtig überhaupt sieht so aus ne ok ich sterbe den Sterbetschen sieht jetzt schön aus cool wie der fliegt jetzt einfach ne da hinten kann man einen Dalaran sehen glaube ich eben das ist doch nicht so ganz richtig glaube ich ja habe ich doch gesagt oder es gibt hier eine oder so vielleicht mal in der Küste gelandet ist ne benötigt Stufe 110 oh ich glaube wir sind falsch oh wir sind glaube ich ganz falsch wir sind jetzt in einem anderen Land oder so das ist das Gebiet wo man ab 110 Christen kann und ab 110 kriegst du ne Pfeife und ab 110 kriegst du ne Pfeife ich bin Fische ja warte gut bitte warte gut erzähl weiter und dann wärst du immer abgeholt und zu einem Flugpunkt gebracht wie einfach so zu welchem auch immer dann Pfeift und dann bringt dich ein Mount zu einem Flugpunkt der in der Nähe ist Hmm das ist ja mal was, ne? Ach, verarsche mich nicht. doch einfach sollte das alter erhört man wie zick ich die ist hier und sagt was und die durch ja jetzt jetzt müsst ihr euch seinen ton immer mehr was sagt ich glaube wir müssen noch da lachen ja weil wir nicht hochkommen oder da ist eine brücke oder wenn wir es schaffen zum glückpunkt da zu laufen ja was schlägst du denn vor was wäre denn günstiger pass auf lass nach dalaran und da kann ich nämlich auch meine komische andere quester aus der ordenshalle meine ich ja komisch ist es in der zähne die bildung angeblichen immer im moment die aufwältigung der stufe 100 das ist das gebiet nur für 100 zähne kosten schweigen vor so Kannst du mich quästen, wollte ich sagen. Hello, Ladebildschirm. Alter. Okay, ich hab's wieder nicht geschafft. Echt nicht. Aber war kurz vor. Da gibt's bestimmt Briefkästchen. Unsere Buchte da unten? Ich bin schon drin. Briefkästchen, hm? Kein Briefkästchen. Nee, aber einen Talaran gab's ja einen, den gibt's. Ja. Komisch, dass hier kein Briefkästchen ist. Müsste eigentlich sein. Bei dem hier gar einen Jungs da ist, gibt's Briefkästchen. Ha. Was heißt Ha? Naja. So ein Cheat halt, ne? Das ist was geworden. Mission gescheitert. Und du erzählst mir, wo die hat's geklappt, ja? Ja, bei mir hat's geklappt. Komisch, dass bei dir mit 25% klappt, bei mir mit 40% nicht. Ach, weißt du. Ja. Ja. Das kann ich ja noch machen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Hm. Ich bin hier auf 41, ne? Das wird ja nicht so gut. Ja. Ja, okay. Ich bin raus. Ich bin hier auf 41, ne? Das wird ja nicht so gut. Ja, okay. Ich bin raus. Ja, ich ja auch. Wollen wir mal kurz gucken, wo wir hin müssen jetzt? Wo wollen wir? Hochberg oder Sturmhahn? Hochberg, ne? Ja. Ja, ich suche mal einen Briefkast. Ey, unsere eine Quest, die Hintertür, das ist ja wohl unten da zum Abgeben. Wo unten? Wo sind die Leute, die Leute gehen? In den Hochberg. Mhm. Wo wollen wir fliegen? Hallo. Na, na, geht alles relativ weit entfernt. Das noch Donertrote müssen. Ja. Bis bald. Na, jetzt. Ich hab's mal vorwärm. ja ich betrachte den drach in in ok ok ich 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 mit ja 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 mal zu schaffen heute noch die 108 Kann sein Wie viel brauchst du denn noch? Ja, weiß ich nicht Ich bin bei knapp 200.000 von knapp 700.000 Ergo 500.000 Ich weiß, das war nicht weit Ich höre auch die ganze Zeit deine Katze im Hintergrund Ich krieg ne Krise, ey, die geht mir so dermaßen auf den Gags Die will nur fressen Ich hab sie, ich schwör, ich hab sie heute Nacht gefilmt Wie sie mir vom Gesicht am Brüllen ist Muss man ja immer schicken Ja Echt der Horror Psycho-Katze Ja, und ich wollte schlafen Ja Da kann sich ja froh sein, dass du so gutmütig bist, ne Andere hätten dir gegen die Wand geschmissen Was ist bloß mit der Katze los? Wollen wir jetzt da noch runter, oder machen wir das irgendwann mal wenn wir vorbeikommen und machen jetzt hier eher wieder oben irgendwas? Ja, wir machen jetzt weiter oben, weil das ja glaub ich kein Sinn, dass wir da wieder den Weg suchen, oder? Ja So, also irgendwie auf die Brücke hier Halt, 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 halt Hier kann man reparatinieren Ich hab schon Ja, bei mir wurde es immer Zeit Ja, bei mir wurde es immer Zeit Ja, ich bin das für Schrott, ey Ich bin das für Schrott, ey Jo Boah, ich dachte hier geht's Ich dachte hier die Brücke wäre weg So Dann können wir den Weg vollkommen an beim Bonus-Ziel an und dann Noch bei unserem Quest-Zoom hier unter Ich drehe durch Ich drehe durch Jetzt können wir den Weg hier und dem Weg folgen Wir müssen weg sein Oh, get in the way Nee, irgendwo sollte einer sein Ja Mit einem Raum auch vor uns Das die ganze Die tausendmal hier ist Der ist so klar, das hat immer das Aber nehmen wir mit Bringt ja EP Ah Katze Das geht gar nicht richtig So muss man mit Katzen umgehen Also ne Mia Vorsicht Ganz Vorsicht Sonst passiert sowas So eine Ledergutel erhalten Hallo Looten Hallo looten Ich hab gelooten Die da Vielleicht will sie nicht, weil sie denkt Ey, ich will ja das Leder haben Jetzt haut die mich Ich werde Oh Gott Oh, die wartet da Die will gar nicht looten Nett Wieder fein gemacht Weiter Ja, irgendwo hier geradeaus Hierzu ist so ein Bonusziel Muss ich hier drübste Hier oben Ja 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 Hm Was geht? Kann man die nicht? Hm? Looten? Was geht denn? Wie? Ich bin auf eurer Seite So viel Wäden! Mein Kaiser Franz kann schnell auch ledern. Kann schnell. Alle sagen wir mal ledern, oder? Mhm. Vielleicht als wir uns mal so totgelacht haben, weil einer irgendwie was geschrieben hat. Wegen dem Büro? Ja, ich weiß noch nicht mehr was das war. Kräutern, oder? Kräuterer. Kräuterer, ja. Kräuterer da? Ja, man macht das aber selber, ne? Oh, wie schön. Jetzt hab ich den Fetisch hier noch... Oh, scheiße. Oh, fest hänge! Dungeon rein. Ach, Fläschchen! Kann ich dir geben. Mhm. Wo bist du? Gib mal vor. Du stehst da in der Menge. Und dann... Tasche auf. Hm. Ich könnte nicht CBD venken. Bu szyst muss zwar nicht.